Leary, jemand, der auf dem gleichen Niveau ist wie Hera, bietet dann zwei gegen sechs. Oh, also da muss ich sagen, ich hab mir natürlich das Red Bull Vololo-Event angeschaut. Da muss ich sagen, dass Leary sein Micromanagement mich absolut unbeeindruckt hat. Okay, dann sollte es ein recht einfacher Sieg für euch sein. Ja, Eddie, laupt noch mal ein, bitte. Mach ich. Es wird auch älter. Äh, Leary, Leary ist auch deutsch oder was? Österreicher. Österreicher, okay. Okay, Leary sagt, er killt dich zuerst, Eddie. Ja? Das haben viele gesagt schon. Ja, ich fang nicht gekommelt, würde ich sagen. Das können wir nicht so stehen lassen. Ich hol mir mal zwischenzeitlich kurz die Kohle, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Oh, das kostet ein paar Gold. Was der heck? Ich konnte nicht even wissen, dass ich das. Ich kann noch eine TC, aber es ist greedy. Ist er noch eine TC? Ist er noch eine Castle? Ich kann noch eine Castle. Ich könnte auch eine Universität, und dann noch eine Chemistry, und dann noch Bombard Chemist. Aber ich denke Trebs ist besser. Ich werde noch eine TC, und dann noch eine Castle. Ist er noch eine? Ist er noch nicht so viel ausbrechen? Du gehst auf mein Stich! Ich spiele das so ich um die Castle ist. Ich habe mich um die Marmeligung von Koder. Okay. Und ich will nicht. Okay. Panik, panic, panic. On-Strand. Okay. Ich bin zuen. Ich bin der Chat. Hey Zack, da ist einensitive Unz Situation bei Ihnen. Ich muss ihn in die어도 Tingenats. my bad do I need more wood? not really, I am worried about that gap there ahh